Das Schlossmuseum Jever feiert am Sonnabend, dem 5. September von 14 bis 18 Uhr, sein traditionelles Familienfest. Und alles dreht sich um den Kaffee- und Kaffeegeschirr. Denn am 5. September ist nicht nur Schlossherrin Fräulein Marias Geburtstag, der 515. übrigens, zu dem jedes Jahr das große Familienfest stattfindet, sondern auch internationaler Tag des Kaffees. Zum Schlossfest können sich dann Kaffeemüller im Mahlen von Bohnen versuchen. Untertitelung des ZDF, 2020